Prinz William, muss er mit Prinz hier ein Machtwort sprechen? Viele Fans können die Krönung von König Charles, 74, wohl vor allem aus einem Grund kaum erwarten, Prinz Louis. 5. Schon beim Platin-Jubiläum der inzwischen verstorbenen Queen Elisabeth, 96, zog er alle Blicke auf sich. Während des Programms machte er Faxen, die aber zwischenzeitlich offensichtlich zu weit gingen. Ein Video zeigt, wie Prinz William, 40, während der Feierlichkeiten ein etwas ernsteres Gespräch mit seinem jüngsten Sohn führte. Ob das daran lag, dass Louis an dem Tag nicht immer auf Mama und Papa hören wollte? Die Auflösung sehen Sie im Video. Verwendete Quelle, twitter.com